Bei dieser Methode hier benutzen wir zwei Bilder. Einmal das Bild mit dem Auto und einmal das Bild ohne dem Auto. Das macht das Ganze nämlich wesentlich einfacher. Wenn die Bilder übereinandergelegt sind, seht ihr, ihr habt ja einmal den ganz normalen regulären Hintergrund ohne dem Auto und einmal das Bild mit dem Auto. Und warum das so ist und warum wir das so machen, das zeige ich euch jetzt. Das wird sich in wenigen Minuten klären. Zunächst beginnen wir erstmal damit, dass wir von Null anfangen. Ich schmeiße es hier nochmal weg. Das ist jetzt hier eine fertige Komposition, die wäre aber noch ein bisschen too much. Aber so kann das Ganze dann später aussehen. Nur ich zeige euch jetzt hier in dem Video erstmal, wie man so ein Auto tiefer legt. Ihr fangt damit an, dass ihr die beiden Bilder euch reinzieht in Photoshop über dein Skript. Das ist das Load Files into Stack Skript. Das heißt Stapelverarbeitung auf Deutsch. Und dann kann man sich die Dateien, die zu diesem Projekt gehören, raussuchen. Das macht man aus dem Grund, du kannst hier den Haken setzen, Attempt to Automatically, ist auch ein schweres Wort, Align Source Images. Das heißt, wenn er die Bilder in Photoshop reinlädt, legt er sich die übereinander und richtet die auch gleichzeitig aus. Das heißt, das Bild kann ja immer so ein bisschen verwackelt aufgenommen worden sein. Das heißt, Millimeter Abweichung, zwei Zentimeter Abweichung, was weiß ich. Und Photoshop legt die Bilder dann so zusammen, dass sie wieder hundertprozentig übereinander passen. Das sieht man ja auch hier. Also man sieht es hier auch an dem Schild, an den ganzen geraden Linien, an dem Auto. Das ist alles richtig schön übereinander gelegt. Man sieht hier auch, wo es Abweichungen gab, hat er das Bild halt korrigiert. Das Wichtigste, was ich immer jedem ans Herz legen kann, ist, setzt euch mit dem Pen Tool auseinander, weil das brauchen wir in diesem Fall. Also wenn ihr damit noch nicht umgehen könnt, macht hier erstmal Pause, sucht euch ein Tutorial. Ich habe leider noch keins, wie man mit dem Pen Tool umgeht. Es ist ziemlich komplex, aber eigentlich auch ziemlich einfach. Also zumindest für die Fälle, die wir brauchen. So, also wie gesagt, wir fangen an mit dem Pen Tool. Wir müssen erstmal einmal das ganze Auto ausschneiden. Es geht natürlich einfacher, indem man dann mal richtig schön ranzoomt an die Karre. Ihr könnt übrigens mit gedrückter Leertaste auf der Tastatur hier so eine Hand hervorrufen. Und dann könnt ihr, wenn ihr die linke Maustaste drückt und die Maus zieht, das Bild verschieben. War auch eigentlich ganz cool. So, wo man anfängt, ist erstmal egal. Hauptsache man fängt erstmal irgendwo an. Ich fange hier an, an der Heckscheibe. Und fange jetzt erstmal an, das ganze Auto auszuschneiden. Ich sprühe das jetzt mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe jetzt das Auto ausgeschnitten mit dem Pen Tool und habe eine Auswahl erstellt. Natürlich könnt ihr das Auto auch mit anderen Mitteln markieren. Mit dem Lasso Tool oder auch mit dem Quick Selection Tool. Das ist eigentlich jedem selber überlassen. Hauptsache ihr kommt zum Ziel und es wird nur das Auto ausgewählt. Ich sage mal, was das angeht, führen halt viele Wege nach Rom. Aber wir nehmen jetzt halt diesen Weg hier, weil mir das Pen Tool halt sehr gut gefällt hier an der Stelle. So, wenn wir das ganze Auto ausgewählt haben, erstellen wir eine neue Ebene. Dann drücke ich STRG C und gehe auf die neue Ebene, vorher die alte Ebene auswählen, damit das Auto kopiert wird und füge das ein mit STRG V. So, jetzt könnt ihr sehen, haben wir nur die Karosse ohne die Reifen und können jetzt das Auto tiefer legen. Ich wähle hier oben mein Verschieben oder Move Tool aus und dann nehme ich einfach die Tastaturpfeiltaste nach unten und drücke das Auto runter, bis mir das gefällt. So, nehmen wir mal an und jetzt hätte die Verlegung hier von 5-6 cm haben wir damit schon mal erreicht. So, jetzt kommt der einfache Part, warum wir auch zwei Bilder aufgenommen haben. Wir erstellen jetzt hier auf der Ebene, wo das Auto aufgenommen wurde, eine Bereichsmaske. Mit den Bereichsmasken kann man Ausschnitte aus Bildern löschen. Nehmen den schwarzen Pinsel. Und löschen einfach den Teil aus dem mittleren Bild raus. Und jetzt habt ihr ein tiefer gelegtes Auto. Also ihr müsst auch hier keine Bereichsmaske oder hier so eine Layer-Maske benutzen. Ich kann sie auch nochmal löschen. Ihr könnt auch mit dem Radiergummi einfach, natürlich hier auf 100% alles, den Bereich auch rauslöschen. Aber das ist halt destruktives Löschen. Man löscht sich ja Bildmaterial raus aus seinem Originalbild. Das ist theoretisch, wenn man das speichert, nicht mehr wiederholbar. Also man kann sich das nicht mehr zurückholen. Und wenn man sich so eine Layer-Maske hier erstellt, werden die Pixel einfach nur quasi ausgeblendet. Denn mit der Farbe schwarz, mit dem Pinsel schwarz, werden hier nur virtuell die Pixel ausgeblendet. Also das heißt, die werden eigentlich quasi nur ausgeschaltet. Die sind noch da, aber die sind nicht weg. Hier könnt ihr euch das angucken. Das ist halt quasi der ausgeblendete Bereich. Aber der Vorteil ist, wenn ich die hier ausschalte, es ist alles noch da. Es ist alles noch da. Das Bild bleibt erhalten und man löscht sich oder zerstört sich nicht seine Datei. Ja, Freunde. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein tiefer gelegtes Auto. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es nach. Probiert es aus. Schickt mir auch gerne, wenn ihr Bilder gemacht habt, eure Bilder per Instagram als Direktnachricht. Und dann kann ich das hier demnächst auch in anderen Videos mal vorstellen, wie ihr so eure Bilder aufgrund dieser Tipps hier bearbeitet habt. Also ich würde mich tierisch drüber freuen. Wenn euch das gefallen hat, abonniert das hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann zeige ich euch, wie man das Ganze noch realistischer macht. Mit Licht und Schatten. Wird bestimmt interessant für euch. Also macht's gut, Leute. Tschüss. Das hat mich, wie man das macht. Und du eye auf einen reneweden Versicht. Natürlich, ich finde die Anlässchen, vielleicht aber auch unterbewusst bei euch. 비� Driven wir mal wiederholfen. Also macht's gut für euch. Und dann geht das für euch. Unt blob will ich erstmal selbst ver. Und dann geht das irausöantu. Vielen Dank.